Hallo, in diesem Video möchte ich mich mit der Lösung dieser Aufgabe hier beschäftigen, in der es um Leistungsanpassung geht. Auch das ist ein Beispiel, das mir ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, kurzer Blick auf die Aufgabe. Also wir haben eine Schaltung, die wird von einer Stromquelle gespeist. Die hat, also es ist eine reale Stromquelle, die hat einen dementsprechend dazu parallel geschalteten Innenwiderstand. Der gehört sozusagen zur Quelle dazu. Das sind die Anschlussklemmen dann von der Quelle. Und es gibt einen Lastwiderstand. Der Innenwiderstand soll 100 Ohm sein. Und dann soll man später noch hier ein C parallel und ein L in Reihe schalten, um diesen Lastwiderstand, zumindest wenn das mit Wechselstrom betrieben wird, an diesen Innenwiderstand anzupassen oder an diese Quelle anzupassen. Und es gibt drei Aufgaben. Also man soll den Lastwiderstand so bestimmen, dass bei Gleichstrom die maximale Leistung umgesetzt wird und diese Leistung berechnen und den Anteil der in diesem Fall umgesetzten Leistung, also sowas wie so ein Wirkungsgrad. Und dann soll man das Ganze, und also das wird ziemlich schnell gehen, und dann soll man das, und das ist der deutlich aufwendigere Teil dieser Aufgabe, das jetzt bei Sinusfirmen im Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz und einem Effektivwert von 2 Ampere machen und eben dieses L und dieses C so bestimmen, dass das Ganze funktioniert. So, und der Student, der mir diese Aufgabe geschickt hat, der hat auch schon mal so eine kleine Musterlösung, oder was heißt Musterlösung, er hat so eine Lösungsidee mitgeschickt für Aufgaben Teil A, für Aufgaben Teil B und so einen Ansatz für Aufgaben Teil C. Und wie so üblich nehme ich jetzt erstmal die Aufgabe, kopiere die und habe mir hier schon mal Windows Journal vorbereitet zum Reinschreiben. Kopiere die mal hier so rein und nehme mal auch die Musterlösung des Studenten, STRG, A, STRG, C, STRG, V und kopiere die hier auch so rein und nehme mal jetzt am Anfang blau zum Schreiben, das ist bestimmt eine ganz gute Farbe, die sich hier noch von abhebt. Also, fangen wir mal an mit diesem Aufgaben Teil A, den es dann hier oben gibt. So, und also bei Gleichstrom haben wir eine Frequenz von 0. Jetzt kann man sich so überlegen, wenn man die Impedanz von der Kapazität und von der Induktivität aufschreibt in dieser Schaltung, weil der Kapazität ist 1 durchhört Omega C, wenn das Omega ganz klein wird gegen 0 geht, dann wird nicht C unendlich, das ist so ein bisschen missverständlich hier dargestellt, dann wird betragsmäßig geht die Impedanz der Kapazität, die geht gegen unendlich. Also, wir können uns vorstellen, bei dieser Aufgabe, da gibt es die Kapazität einfach nicht. Also, die ist wie ein Leerlauf an der Stelle, die ist wie wenn ich das hier mit zwei Leerlaufklemmen auftrenne. Man kann auch einfach sagen, bei Gleichstrom kann kein Strom durch diese Kapazität fließen. So, und genauso ist dann nicht L 0 Ohm, das passt auch nicht von den Einleiten, sondern das ZL, wenn uns das L jetzt als Index denken, das ist dann 0 Ohm. Also, bei tiefen Frequenzen, bei Gleichstrom wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss. Da kann ich mir die wie ein Kurzschluss durchgezeichnet vorstellen, da ist die dann nicht wirksam. So, und dann kann man in Bücher und Skripte und in Wikipedia-Artikel und wo auch immer gucken, man kann sich das auch so ein bisschen herleiten, indem man jetzt hier, also letztendlich haben wir jetzt eine Schaltung, wo die Stromquelle ist, mit zwei parallel geschalteten Widerständen. Dann kann ich sowas wie so einen Gesamtwiderstand ausrechnen, kann die Spannung ausrechnen, die darüber passiert, kann ausrechnen mit einer Stromteilerregel, wie sich der Strom aufteilt. Habe ich Spannung und Strom, kann ich Leistung in diesem Lastwiderstand ausrechnen und dann kann ich da eine Extremwertbetrachtung machen, kann das nach diesem Widerstand ableiten und kann gucken, bei welchem Widerstandswert wird denn die hier umgesetzte Leistung maximal. Und man kann sich das auch so ein bisschen so logisch überlegen, wenn ich diesen Widerstand sehr klein mache, also deutlich kleiner als den hier, dann wird hier sehr viel Strom fließen. Also dann habe ich viel Strom, aber wenn ich den Widerstand klein mache, dann schließe ich auch irgendwie diese Quelle kurz, dann habe ich wenig Spannung. Also habe ich zwar viel Strom, aber wenig Spannung kriege ich keine Leistung. Genauso, wenn ich diesen Widerstand hier sehr groß mache, dann habe ich potenziell mehr Spannung. Aber wenn ich den sehr groß mache, fließt da auch kein Strom mehr lang, weil der Strom kann ja vorne durch diesen Widerstand fließen. Also wenn ich den Widerstand sehr groß mache, viel Spannung, wenig Strom, kriege ich auch keine Leistung. Und zwischendurch gibt es so einen Fall, wo ich eben relativ viel Spannung und relativ wenig Strom habe. Und das ist genau der Fall, wenn diese beiden Widerstände gleich groß sind. Das ist das, was hier schon dasteht. Also das Zauberwort heißt hier eben genau das, was hier drüber steht, Leistungsanpassung. Und bei Leistungsanpassung muss eben der Lastwiderstand genauso groß sein wie der Innenwiderstand. Also hier müsste noch vielleicht ein Erlast dran stehen. Die müssen jetzt genauso groß sein. Der Innenwiderstand sind 100 Ohm. Da muss der Lastwiderstand auch 100 Ohm sein. Das ist ja auch schon eingezeichnet. Ich ergänze mal hier noch von oben und hier vielleicht noch so ein paar Lötpünktchen in der Schaltung. Und dann kann man sich überlegen. Dann fließen zwei Ampere, kommen von der Quelle. Und wenn die auf zwei parallel geschaltete 100 Ohm Widerstände treffen, dann teilen die sich natürlich genauso in ein Ampere hier und in ein Ampere hier auf. Das kann man auch wunderbar mit einer Stromteilerregel bestimmen. Und dann kommt da raus, da fließt dann ein Ampere. Also bestimmen Sie den Lastwiderstand so, dass in diesem Widerstand die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird. Kann man jetzt, könnte man noch, wenn man wollte, recht länglich herleiten. Steht aber in vielen Büchern, Skripten, wie gesagt, auch mit Sicherheit in irgendeinem Wikipedia-Artikel. Oder in anderen guten Quellen in diesem Internet. Und dann kommt da raus, Lastwiderstand muss genauso groß sein, wie der Innenwiderstand. Muss 100 Ohm sein. Das Ganze nennen wir Leistungsanpassung. So, und jetzt kann man in Aufgabenteil B, in Aufgabenteil B, kann man jetzt die gesamte umgesetzte Leistung, P, ausrechnen und den Anteil, P-Last, im Lastwiderstand. Also P-Last hat hier der Student schon mal ausgerechnet. Das ist UL. Also wäre immer nicht schlecht, wenn man irgendwo, wenn man so Spannungen hinschreibt, wenn man die auch in irgendeinem Schaltbild kennzeichnet. Also das wäre jetzt genau diese Spannung hier, die über dem Lastwiderstand abfällt oder diese Spannung hier in der Schaltung über dem Lastwiderstand. So, und jetzt, naja, kann man sich überlegen. Ich habe 1 Ampere durch den 100 Ohm Widerstand fließen. Also dann ergibt sich dieses UL genau aus dem I1 oder in dem Fall nennen wir das hier mal vielleicht IL. Also IL hat ja dann den gleichen Wert IL mal R Last und 1 Ampere mal 100 Ohm ergibt 100 Volt. Das sind die 100 Volt hier oben. 100 Volt Quadrat durch 100 Ohm ergibt 100 Watt. Und in dem Innenwiderstand gibt es natürlich genau das Gleiche. Also da gibt es die gleiche Spannung. Das ist ja alles parallel geschaltet. Die gleiche Spannung zum Quadrat. Das muss hier R Last sein noch durch den Innenwiderstand. Und dann gibt es die gleiche Rechnung. Dann gibt es da auch 100 Watt. Und daraus folgt P, die gesamte umgesetzte Leistung. Und das ist auch die Leistung, die natürlich von der Quelle zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist einfach die Summe dieser beiden Leistungen. Also PI plus P Last. Und das ergibt dann zusammen 200 Watt. Also die gesamte umgesetzte Leistung ist 200 Watt. Der Anteil im Lastwiderstand sind 100 Watt. Und wenn man das jetzt so als Anteil ausrechnet im Sinne vielleicht eines Wirkungsgrades, dann würde man den Wirkungsgrad vielleicht Äther nennen und würde sagen, das ist der, also jetzt wirklich im Sinne eines Anteils, das was im Lastwiderstand umgesetzt wird, geteilt durch diese gesamte Leistung. Und das wären dann 50%. Und das ist auch das, was man in diesem Leistungsanpassungsfall hat. Also da kriege ich die maximal mögliche Leistung aus der Quelle raus. Aus der Quelle mit dem Innenwiderstand. Aber dummerweise ist der Wirkungsgrad dabei nur 50%. Also das würde man nur so machen in Fällen, wo der Wirkungsgrad keine Rolle spielt. Wo man wirklich die maximal mögliche Leistung da rausbekommen will, wo man sozusagen kein Geld dafür bezahlt, was hiervon passiert. Okay, damit ist Aufgabenteil B auch geklärt. Und ich komme mal zu Aufgabenteil C. Und dafür nehme ich vielleicht Grau. So, also Aufgabenteil C haben wir hier unten. Und hier gibt es jetzt schon mal so eine Idee. Nämlich, also wir sagen, wir verlagern jetzt die Klemmen der Quelle so ein bisschen nach hier. Also wir sagen jetzt, wir tun mal so, als wenn der Kondensator mit zur Quelle gehört. Und die Klemmen eigentlich hier sind. Und diese Induktivität, die gehört eben mit zur Last. Und jetzt kann man auch wieder in so Skripte, Bücher, Wikipedia-Artikel schauen. Und stellt fest, also für Wechselspannungs-, Wechselstromschaltungen gibt es auch so einen Leistungsanpassungsfall. Und der heißt eben nicht, dass Lastwiderstand gleich Innenwiderstand ist. Sondern der heißt im Prinzip, dass Innenimpedanz genauso groß sein muss wie Lastimpedanz, konjugiert komplex. Oder Innenimpedanz muss genauso groß sein wie Außenimpedanz. Das meint das A hier. Also das I ist für Innen, das A steht für Außen. Und man kann das jetzt natürlich mit Impedanzen hinschreiben. Wenn ich da auf beiden Seiten der Gleichung einfach das Reziproke nehme, ist das ja immer noch die gleiche Gleichung. Das Reziproke der Impedanz ist die Admittanz. Also ich kann das auch als Admittanzen hinschreiben. Letztendlich ist das so ein bisschen gut wie gesprungen. Ja, also wenn ich das jetzt mit Admittanzen hinschreibe, ich werde das mal so machen, so wie der Stellen das hier vorgeschlagen hat. Dann habe ich eine bisschen einfache Rechnung bei der Parallelschaltung, weil in Parallelschaltung werden ja Admittanzen addiert. Wenn ich das mit Impedanzen mache, habe ich ein bisschen einfache Rechnung auf der Seite, wo hier diese Reihenschaltung ist. Weil in der Reihenschaltung werden ja die Impedanzen addiert. Da ich aber eine Reihenschaltung und eine Parallelschaltung gleichzeitig habe, also irgendein Tod muss ich immer sterben. So, und jetzt kann ich das so aufschreiben und sagen Innenadmittanz und das wäre eben die Summe der Admittanz von dem Widerstand und die Summe der Admittanz von dieser Kapazität. Das ist schon total richtig hier aufgeschrieben. Die Admittanz muss so groß sein wie die Admittanz auf der Lastseite und die kann ich eben schreiben als 1 durch die Impedanz und die Impedanz ergibt sich als Summe der Einzelimpedanzen. Also RL, R Last plus J Omega L. So, und dann steht hier, ja, das soll konjunkt komplex sein, das ergibt sich sozusagen aus dieser Herleitung. Also hier ist jetzt schon das erste Problemchen. Hier fehlt dieses Konjunkt komplexe an der Stelle. So, und also wenn man jetzt das Konjunkt komplex macht, dann dreht sich immer das Vorzeichen von dem J um oder der Phasenwinkel dreht sich um. Und also ich könnte jetzt das mit dem Konjunkt komplex einfach schreiben als 1 durch und ich drehe mal hier die Reihenfolge der Addition um RL minus J Omega L. Das macht die komplexe Konjugation. So, und dann kann man mit diesem Bruch hier weiterrechnen. Und also ich glaube, hier fehlt jetzt dem Studenten, hier ist so, wie man so schön sagt, man muss sich dann einfach mal dem Mut des eigenen Verstandes bedienen. Man muss das jetzt einfach weiterrechnen, was hier passiert. Und also natürlich muss man vielleicht so eine kleine Idee haben, was so ein guter Rechenweg sein könnte. Also letztendlich steht ja jetzt hier schon im Prinzip fast alles da. Ich habe eine Gleichung, in der sind zwei Unbekannte drin, nämlich das C hier an der Stelle und das L hier an der Stelle. Und die anderen Sachen kenne ich ja. Also ich kenne Ri und Erlass. Das Erlass soll ein 10 Ohm sein. In dem Fall, das Omega kenne ich auch, weil die Frequenz ist 50 Hertz. Aus den 50 Hertz folgt natürlich Omega ist 2 mal Pi mal F. Und das sind dann, kann man im Kopf rechnen, 314, irgendwas 1 durch Sekunde. Also ungefähr. So, und naja, jetzt kann man sich sagen, okay, eine Gleichung, zwei Unbekannte, das kann nicht funktionieren. Na doch, kann doch funktionieren, in dem Fall, weil das ja eine komplexe Gleichung ist. Ich habe ja eine Bedingung für den Realteil und ich habe eine Bedingung für den Imaginärteil. Und das heißt, ich kann mit einer Gleichung zwei Unbekannte bestimmen. Ich habe jetzt nur das Problem, also hier sehe ich, das ist Realteil, das ist Imaginärteil. Hier drüben ist ja Real- und Imaginärteil erst im Nenner. Also ich muss das irgendwie umformen. Und wie macht man das? Das macht man, indem man mit dem Konjunktikomplexen multipliziert. Also mit dem Konjunktikomplexen von dem. Also ich rechne mal, ja, oder ich erweitere mit dem Konjunktikomplexen. Also RL plus J Omega L unter dem Bruchstrich und RL plus J Omega L über und unter dem Bruchstrich. Das kann man jetzt gerade noch so lesen. So, und das rechne ich jetzt aus. Das schreibe ich mal, weiß nicht, hier drüben hin auf die Seite. Weil hier neben jetzt ja kein Platz mehr ist. So, dann bleibt über dem Bruchstrich stehen RL plus J Omega L und unter dem Bruchstrich ist das sowas wie eine dritte binomische Gleichung. Und daraus wird dann, also eine A minus B mal A plus B ergibt A Quadrat minus B Quadrat. Also RL Quadrat minus B Quadrat minus und J Quadrat. J Quadrat ist ja minus 1 mit einem Minus, wird das zu einem Plus 1. Also steht da plus Omega Quadrat L Quadrat. So, und jetzt nehme ich mal hier verschiedene Farben, um das ein bisschen zu markieren. Also jetzt kann ich gucken, jetzt kann ich hier so zwei Bedingungen aufstellen. Nämlich, dass dieser Teil, das ist ja der Realteil auf der Seite, der muss jetzt genauso groß sein wie der Realteil auf dieser Seite. Und das ist dieser Anteil. Und der andere Teil der Gleichung, also das hier ist der Imaginärteil hier drüben, der muss jetzt genauso groß sein wie der Imaginärteil auf der anderen Seite der Gleichung. Das ist das. Und dann stellt man schon wieder fest, wenn man das jetzt macht, muss man gut aufpassen, sich zu überlegen, was ist hier eigentlich ein L und ein C. Man muss schön ordentlich schreiben, damit man das auseinanderhalten kann. So, und ich schreibe jetzt mal für den Realteil diese Bedingungen auf. Ich mache mal hier oben einfach weiter, also Realteil würde jetzt so aussehen, dass da steht, also 1 durch Ri, das ist das, was auf der Seite steht, muss genauso groß sein wie RL geteilt durch RL Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. So, und die Gleichung, die wollen wir jetzt nach dem L umstellen. Mit der Gleichung wollen wir das L bestimmen. Die einzige Unbekannte in dieser Gleichung ist das L. So, was man jetzt natürlich immer machen kann, wenn das, wenn die gesuchte Größe im Nenner ist, ich tausche erstmal oben und unten in der Gleichung. Also ich schreibe die so rum auf, dass da steht RL Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Ja, ich habe jetzt das hier hoch multipliziert und das Ri multipliziere ich mal auch hoch. Dann steht da Ri oder RL mal Ri. So, jetzt will ich weiter nach dem L umstellen. Das heißt, ich hole mir das RL Quadrat auf die andere Seite rüber. Ich rechne minus RL Quadrat und dann steht hier auch minus RL Quadrat. Und dann klammere ich da mal gleich im Kopf ein RL aus. Dann steht da RL mal Ri minus RL. Ja, wenn ich das wieder ausmultipliziere, würde sich da ein minus RL Quadrat draus ergeben. So, und das muss ich jetzt noch durch das Omega teilen. Oder durch Omega Quadrat und davon die Wurzel ziehen. Also durch Omega Quadrat und jetzt ziehe ich von dem ganzen Teil die Wurzel, dann fällt das Quadrat wieder weg und hier oben habe ich die Wurzel. Und dann steht da eine Formel, L ist genau das, was hier drüben steht. Also die Wurzel von dem und dem und dem und so weiter. So, und das rechne ich jetzt aus. Da kann man sich einheitenmäßig erstmal überlegen. Also hier oben steht ja sowas wie Ohm mal Ohm. Das sind Ohm Quadrat. Und davon die Wurzel macht Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere. Und hier unten steht ein Omega. Omega ist 1 durch Sekunde. Das bringt uns eine Sekunde über den Bruchstrich. Dann stehen da Voltsekunden pro Ampere. Und das sind auch Henry. So, und restliche Zahlenrechnung mache ich jetzt wie so üblich in Octave. Das habe ich mir auch schon mal irgendwo hingebaut. Und ziehe das mal so, dass ich hier so diese ganzen Zahlenwerte sehen kann. Und fange mal an. Also die Frequenz sind 50 Hertz. Das Omega ist 2 mal Pi mal F. Und das R Last. Ich schreibe das mal so, wie das in der Aufgabenstellung steht. Sollen jetzt 10 Ohm sein. Und dann können wir eben dieses L ausrechnen. So wie unsere Formel da jetzt steht. Also die Wurzel von R Last. Mal R I. Das brauche ich noch gleich. Minus R Last. Also da wird Octave jetzt erstmal meckern, dass er das nicht kennt. Geteilt durch das Omega. So, und das ist die Fehlermeldung. R I kenne ich nicht. R I sind 100 Ohm. Also das, was hier oben steht. Und damit sollte jetzt auch ein L ausgerechnet werden. Und das rechne ich jetzt mal noch um in, damit das ein bisschen handlicheren Zahlenwert bekommt, in Millihenry. Also das sind 95,5 Millihenry. Die Henrychen streiche ich auch nochmal weg. So, jetzt haben wir schon mal sehr erfolgreich das L bestimmt. Jetzt kann man als nächstes hier dieses C bestimmen. Und für das C nehmen wir jetzt die Formel für den Imaginärteil. Und schreiben diese auf. Und da steht so eine ähnliche Bedingung da. Also da steht Omega C ist, das auf der Seite muss genauso groß sein wie das auf der anderen Seite muss genauso groß sein wie Omega L geteilt durch. Auch wieder, ja, L Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Und das kann ich jetzt einfach das Omega auf beiden Seiten wegstreichen. Dann steht direkt eine Bestimmungsgleichung für das C da. Da kann ich mir auch kurz Gedanken machen über die Einheit. Also hier oben steht eine Induktivität. Die hat die Einheit Henry. Henry hatten wir gerade, sind Voltsekunden pro Ampere. Und hier unten steht immer, das ist ja, hat die Einheit Ohm Quadrat. Das hinten ist ja eine Reaktanz. Die hat auch die Einheit Ohm Quadrat. Also hier unten steht Ohm Quadrat. Und oben kann ich auch schreiben als Volt Quadrat geteilt durch Ampere Quadrat. Und dann kürzen sich die Quadrate gegen die Einheiten. Dann bleiben Ampere Sekunden pro Volt über. Und das sind auch Farad. So, und die Zahlenrechnung dazu, die mache ich natürlich auch wieder in Oktav. Also dann steht da C ist L geteilt durch L Last Quadrat plus Omega Quadrat mal L Quadrat. Das L, was wir gerade schon ausgerechnet haben. So, und dann kommt da dieses C bei raus. Das rechne ich jetzt mal 10 hoch 6, um das in Mikrofahrrad umzurechnen. Dann hat das interessanterweise den gleichen Zahlenwert, nämlich 95,5 Mikrofahrrad. Und damit haben wir jetzt auch erfolgreich das C bestimmt. Und jetzt sollen noch erneut die in diesem Widerstand maximal mögliche Leistung umgesetzt werden. Und die kann man sich jetzt eben irgendwie noch ausrechnen. Also zum Beispiel, indem wir uns wieder überlegen, wir kennen ja die Stromquelle. Wir kennen den Wert der Stromquelle. Jetzt können wir wieder diesen Laststrom hier bestimmen. So wie der hier auch schon mal I L war, zeichne ich den ja auch wieder ein, nenne den I L. Und ja, wen kann man denn jetzt bestimmen? Mit einer Stromteilerregel. Also das, was wir jetzt hinschreiben, wird ein Stromteiler. Und die Stromteilerregel sagt uns, wir nehmen die Impedanz des anderen Zweiges, da wo der Strom nicht durchfließt, das wäre ZRC und teilen durch die Gesamtimpedanz im Sinne von diesem Schleifendurchlauf, das wäre Z, und ihr müsst überall Striche drunter, weil das sehr komplex wird, das ist ZRC plus ZRL. Und das Ganze multipliziert mit dem Quellstrom, mit dem Gesamtstrom. So, und das kriege ich jetzt hier vielleicht noch so ein bisschen geschrieben. Also das ZRC, das wäre eben RI parallel zu dem ZC. und das ZRL ist einfach Rlast plus Rlast plus J Omega L oder plus, wenn ich das jetzt in der gleichen Notation schreibe, plus ZL. Ja, und, naja, also ZC ist 1 durch J Omega C und ZL kriege ich hier gerade noch so hingeschrieben, ist J Omega L. Und das kann ich jetzt vielleicht auch erstmal ganz kurz in Oktav ausrechnen, was sich jeweils so für Zahlenwerte raus ergeben. Dann können wir diese Stromteilerregel ausrechnen. Und ich meine, dann haben wir im Prinzip den Strom, der hier durchfließt. Wenn man den Strom durch den Widerstand kennt, dann kann man auch die Leistung ausrechnen. Das ist dann einfach der Betrag dieses Stromes, also IL komplexer Zeigen. Da mache ich jetzt keinen Strich drunter mit Absicht, weil das der Betrag ist. Das ist IL² mal R, mal Rlast ergibt wieder die umgesetzte Wirkleistung, die in diesem Widerstand maximal mögliche Leistung. Das ist die, die wir dann hier ausrechnen. So, und das können wir jetzt noch rasch in Oktav machen. Also, wir schreiben erstmal hin, Zc ergibt sich aus 1 durch J mal Omega mal C. Und dann kommen da minus 33 Ohm raus, also minus J 33,3 Ohm. Und Zl kann man genauso ausrechnen aus J Omega L ohne Bruchstrich. Dann sind das 30 Ohm, ja. Also, das hier sind J 30 Ohm. 1 durch J kann man ja auch schreiben als minus J 33,3 Ohm. Da sieht man, das geht schon mal irgendwie so in die ähnliche Richtung. Jetzt können wir noch diese Parallelschaltung und diese Reihenschaltung ausrechnen. Für die Parallelschaltung schreibe ich mir mal hier so eine kleine Funktion. Die kann man immer mal gebrauchen. Also, Parallelschaltung von zwei Impedanzen, Z1 und Z2, ergibt sich aus Z1 mal Z2, dem Produkt geteilt durch die Summe Z1 plus Z2. Ja, und dieses Add-Zeichen hier in Oktav, das baut uns so eine Funktion. Und damit kann ich jetzt eben ZRC bestimmen. Das ist die Parallelschaltung von dem RI und von dem ZC, was ich gerade schon vorher ausgerechnet habe. Und da kommen 10 Ohm minus J 30 Ohm raus. Und wenn ich das ZRL rechne oder bestimme oder berechne, dann ist das R Last plus ZL, dann kommen da 10 Ohm plus J 30 Ohm raus. Also, das sind hier 10 Ohm minus J 30 Ohm und das sind 10 Ohm plus J 30 Ohm. Und dann sieht man schon mal, ha, diese Bedingung, genau das, was wir vorher gefordert haben, das funktioniert schon mal. Also, weil das ist genau das Koniegelkomplexe voneinander. Ja, der Realteil ist gleich und die Imaginierteile sind betragsmäßig auch gleich, aber haben eben unterschiedliches entgegengesetztes Vorzeichen. Also, hier können wir schon mal so ein Häkchen hinter machen, das passt. Wir haben jetzt L und C genauso bestimmt, dass diese Bedingung erfüllt ist. So, damit können wir hier diesen Stromteiler anwenden und können mit dem Stromteiler den Strom bestimmen. Dazu schiebe ich mal das Oktav, weiß nicht, irgendwo hier so hin. So, und dann können wir jetzt eben rechnen, IL ergibt sich aus ZRC geteilt durch ZRC plus ZRL mal IQ. Und IQ habe ich, glaube ich, noch nicht, also kommt jetzt erstmal eine Fehlermeldung. IQ sind 2 Ampere. So, und dann kommt da raus, dass der Strom, der da hinten fließt, das ist 1 Ampere minus J 3 Ampere. Also, hier fließt 1 Ampere minus J 3 Ampere. Naja, und dann kann man sich überlegen, wenn ich jetzt mal, naja, machen wir erstmal kurz weiter, bevor wir weiter überlegen. Und wir rechnen erstmal fertig. Also, was kommt hier als Leistung raus? Für die Leistung PL nehme ich jetzt den Betrag dieses Stromes, IL, den zum Quadrat und mal R Last. Und dann kommt da wieder 100 Watt raus, genauso wie vorher. Also, sie haben es jetzt wieder geschafft, genau die gleiche Leistung wie vorher rauszubekommen, obwohl dieser Widerstand ja hier viel kleiner ist. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, praktisch, was hier so passiert. Also, wir können ja mal diese Spannung hier ausrechnen, die jetzt, also zu dieser Stelle hier haben wir jetzt ja praktisch die Klemmen von der Quelle verlagert. Die Kapazität haben wir uns mit in die Quelle irgendwie reingedacht, als Innenimpedanz oder Innenadmittanz. Aber egal, ob ich jetzt hier die Spannung ausrechne oder hier die Spannung ausrechne. Ich rechne jetzt mal diese Spannung hier aus. Und die Spannung ergibt sich ja einfach aus dem Laststrom, den wir gerade ausgerechnet haben, mal das ZRL. Hier fehlen noch Striche darunter, das ist natürlich komplex hier an der Stelle. So, also IL mal ZRL. Da gebe ich jetzt keinen weiteren variablen Namen, das rechne ich jetzt einfach mal so aus. So, und da sieht man, da kommen einmal 10 hoch 2 raus, das sind 100. Und irgendwas mal 10 hoch minus 15, das ist sozusagen ein Rundungsfehler, ein Rechenfehler. Also, das ist praktisch 0. Und das hier vorne sind 100, 100 Volt. Also, hier sind 100 Volt. So, und jetzt kann man sich überlegen, also wenn ich hier 100 Volt habe, dann fließen durch diesen 100 Ohm Widerstand eben auch 1 Ampere. Wenn ich hier diese minus 33,33 Ohm habe, dann fließen hier sozusagen plus J 3 Ampere lang. So, dass, ja, hier 1 Ampere plus 3 J Ampere sind, hier hinten sind 1 Ampere minus 3 J Ampere. Also, die plus 3 J Ampere und die minus 3 J Ampere, die heben sich auch wieder gegenseitig auf. Sodass, das hier vorne waren ja 2 Ampere, dass sich diese 2 Ampere jetzt nur vom Realteil wieder aufteilen auf, die Hälfte fließt durch den Innenwiderstand, die Hälfte fließt durch den Lastwiderstand hier hinten. So, und letztendlich kann man sich auch jetzt noch so abschließend so ein bisschen überlegen, was jetzt hier passiert und warum jetzt diese Kapazität und diese Induktivität genauso angeordnet sind. Also, wenn man nochmal von dem Gleichstromleistungsanpassungsfall ausgegangen ist oder nochmal ausgeht, wenn diese beiden Widerstände hier gleich groß sind, dann teilt sich der Quellstrom genau zur Hälfte auf diese beiden Zweige auf. Und dann habe ich eben relativ viel Strom hier hinten und gleichzeitig relativ viel Spannung. Und deshalb kriege ich die maximale Leistung raus in dem Fall, eben diese Leistungsanpassung. So, und wenn ich diesen Widerstand jetzt hier kleiner mache, also ich gehe von den 100 Ohm irgendwie runter, dann fließt durch den Widerstand hier hinten zwar mehr Strom, also ich schaffe das irgendwie mehr Strom aus der Quelle hier raus zu bekommen. Aber gleichzeitig schließe ich die Quelle kurz, irgendwie sinkt die Spannung. Also, die Leistung wird geringer werden. Ähm, ja, weiß nicht, könnte man jetzt mal, ja, könnte man noch ausrechnen, wir brauchen jetzt nichts zu machen. Ähm, so, aber genau das passiert ja jetzt hier. Also, ich habe jetzt hier einen deutlich kleineren Widerstand. Ich habe nur 10 Ohm. Anstatt der 100 Ohm habe ich nur 10 Ohm. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, okay, 10 Ohm sind viel, viel, viel kleiner als 100 Ohm. Wir gehen mal davon aus, dass dann, um die Rechnung zu vereinfachen, dass der gesamte 2 Ampere Strom, der fließt jetzt, würde jetzt durch 10 Ohm fließen. Ähm, dann habe ich, ähm, 2 Ampere, die durch 10 Ohm fließen, kriege ich 20 Volt. Ja, also ich nehme mal jetzt hier so eine andere Farbe um, also ein paar kurze, ähm, also wenn das jetzt hier nur 10 Ohm wären, dann würden über diesen 10 Ohm, wenn da 2 Ampere durchfließen, würden 20 Volt abfallen. Jetzt kann ich die 20 Volt, ähm, wieder hier oben in die Gleichung einsetzen, 20 zum Quadrat wären 400, 400 geteilt durch 10 wären 40, also würden da 40 Watt rauskommen, bei eben 2 Ampere, die durch diesen Widerstand fließen. Stimmt jetzt nicht ganz, weil natürlich noch ein bisschen was durch den anderen Widerstand fließt, ne, also, ähm, aber ungefähr so, also von 100 Watt sinkt die Leistung auf 40 Watt. Wenn ich diesen Widerstand hier nicht 100 Ohm habe, sondern wenn er nur 10 Ohm groß ist. So, und, also, das heißt, irgendwie muss ich das jetzt wieder schaffen, ähm, dass die Spannung an diesem Widerstand wieder größer wird, ja, aber den Widerstand kann ich ja nicht größer machen, weil, mhm, mhm, ähm, also schließe ich eine Induktivität in Reihe und die Induktivität in Reihe, die macht, dadurch, dass es einen zusätzlichen Spannungsabfall an der Induktivität gibt, macht die, dass die, dass die Spannung dann an diesen Klemmen wieder größer wird. So, und wenn ich mehr Spannung an den Klemmen habe, habe ich ja auch mehr Spannung an der Quelle und dann kann die Quelle auch wieder mehr Leistung liefern. So, und gleichzeitig ist das ja aber so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt da so eine Induktivität in Reihe schalte, dann zieht die ja auch einen Blindstrom. Ich brauche ja irgendwie Strom, um diese Induktivität aufzuladen, um ein Magnetfeld in dieser Induktivität, ähm, zu bilden. Und das würde ja die Quelle auch wieder zusätzlich belasten. Wenn ich jetzt aber dazu parallel nochmal einen Kondensator schalte, ja, dann kann die Energie, letztendlich haben wir ja auch sowas wie so einen Schwingkreis gebaut, das ist ja im Prinzip so ein bisschen was wie so ein Parallelschwingkreis, kein idealer, aber, ähm, trotzdem ein realer Parallelschwingkreis. Also kann immer Energie zwischen der Induktivität und der Kapazität hin und her pendeln, ja, sodass, ähm, also die Induktivität macht, dass hier mehr Spannung abfällt an der Quelle, dass die Quelle mehr Spannung bereitstellt, weil Spannung ist ja dieser Stromquelle egal, die hält nur den Strom fest. Und, ähm, naja, der Strom, der zusätzlich fließen muss, um die Induktivität aufzuladen, den liefert praktisch die Kapazität, ja, weil, also, hier fließen zwar minus J3 Ampere, aber die kommen dann eigentlich von dem plus 3 J Ampere von der Kapazität, also das wird eine Weile brauchen, bis das so funktioniert, ne, wenn ich das einschalte, muss das erstmal in Gang kommen, diese Schaltung, die muss sich erstmal einschwingen, bis hier das alles aufgeladen ist, sodass die Energien da hin und her pendeln können, aber dann funktioniert das eben ganz wunderbar und dann, obwohl dieser Widerstand jetzt zehnmal kleiner geworden ist als vorher, kriege ich aus dem immer noch genau die gleiche Leistung raus, wie vorher in dem Gleichstromfall. Und das ist genau das, was in dieser Schaltung hier passiert und eine sehr schöne Lösung, das jetzt über die Admittanzen zu rechnen. Wenn ich Lust und Laune habe, mache ich vielleicht mal noch ein zweites Video, in dem ich das mal über die Impedanzen rechne, so zum Vergleich. Und ich meine, dann könnte man sich auch noch überlegen, muss das so sein, muss die Induktivität hier oben sein, muss die Kapazität parallel sein, geht das nicht vielleicht auch andersrum? Ja, es geht auch andersrum, also ich kann auch hier oben eine Kapazität hinbauen und hier eine Induktivität hinbauen, dann ist die Rechnung anders, aber so ähnlich, kommen ein bisschen andere Zahlenwerte raus, funktioniert aber im Prinzip genauso. Und dann kann man sich noch überlegen, letzte Idee zu dieser Aufgabe hier, in der Wurzel steht ja sowas drin wie Ri minus RL. Ja, also wenn, das funktioniert ja im Prinzip nur, solange der Innenwiderstand größer ist als der Lastwiderstand. Wenn ich jetzt einen Lastwiderstand wählen würde, der eben nicht 10 Ohm ist, sondern, keine Ahnung, 1000 Ohm, dann würde das ja hier negativ werden, dann hatte ich was Negatives unter der Wurzel, dann würde irgendwie eine imaginäre Kapazität rauskommen oder sowas, das macht keinen Sinn. Also die Rechnung, die Schaltung, das, was wir jetzt gemacht haben, das funktioniert nur, und das steht so im Prinzip implizit in dieser Formel drin, das funktioniert nur, solange RLast kleiner ist, also muss nicht deutlich kleiner sein, aber kleiner als Ri. Wenn die gleich groß sind, habe ich ja kein Problem, dann habe ich im Prinzip irgendwie direkt wieder Leistungsanpassung. Aber die Schaltung funktioniert nur, wenn RLast kleiner ist als Ri. Wenn jetzt RLast größer wäre als Ri, dafür suche ich mir nochmal hier irgendwie eine neue Farbe, die ich noch nicht hatte, vielleicht Orange. Also wenn jetzt RLast größer ist als Ri, dann müsste ich die Schaltung anders bauen. Dann habe ich ja nicht das Problem, dass die Spannung hier zu klein ist, sondern dann wird im Prinzip der Strom zu klein, dann muss ich mehr Strom erlauben. Dann muss ich irgendwie ein Blind-Element, eine Induktivität zum Beispiel oder eine Kapazität zu dem Lastwiderstand parallel schalten, damit da mehr Strom fließen kann. Und naja, irgendwo muss der Strom wieder herkommen, irgendwie muss ich ihn wieder kompensieren und so. Dann müsste hier oben eben in Reihe längst das andere Blind-Element sein, die Kapazität sein. Das könnte man sich auch nochmal überlegen, wenn ich jetzt so etwas Ähnliches mache, wie der Widerstand ist jetzt nicht 10 mal kleiner geworden, sondern 10 mal größer geworden. Wie muss ich dann L und C in dieser Schaltung verschalten, damit ich auch wieder Leistungsanpassung, Wirkleistungsanpassung hinbekomme, weil mit der Originalschaltung wird das nicht gehen, weil dann diese Bedingung hier nicht mehr erfüllt ist. So, und das gucke ich mir aber vielleicht mal in anderen Videos an.